Ich wünsche mir einfach, dass alles nicht zu peinlich wird. Venice Beach bietet den good-looking Spastis viel, viel Inspiration. Leider. Musik ist etwas Kreatives und das kommt von hier oben direkt. Das ist ein Musen, der einen trifft, eine Inspiration, der einen trifft. Und ich glaube auch, wenn das Feeling kommt, muss man das ausnutzen und dann eine Performance einlegen, weil das wird meistens eine sehr, sehr, sehr gute Performance. Ja, das wird sicher eine sehr, sehr, sehr gute Performance. Okay. Baby, where? Was in den schönen Köpfen, die da Jungs vorgeht, unter Malt3plus mit ein bisschen Zeppinhilfe mit toller Bildsprache. Das ist so ein Budget und ich hoffe natürlich, dass man da auch etwas Ansehnliches dafür findet. Vorher muss man den Kunden erst einmal ködern. Ja, unsere Macherin hat uns ja gesagt. Es gibt ein gewisses Gefühl von Wow. Erfunden hat dieses Gefühl von Wow, aber unser Lieblingsmoderator. Ja. Et voilà. Wo meinst du? Wo meinst du? Wo meinst du? Das ist ein Stellepunkt für dich. Lass? Lass? Das wirft ein Titanik für jemanden. Achtung, Achtung, Eisberg, Eisberg. Das ist ein Debakel. Brauchen wir gar nicht reden darüber. Ach ja, Hausi hatte gestern Geburi und Glanz und Gloria besuchte ihn darum in seiner Sommerresidenz auf den Kanarischen Inseln. Und hast du hier einen Pool? Ja, einen grossen Pool. Es ist gross genug. Es gibt einfach viele Plätze. Es gibt die ganze Schweiz-Armee-Plätze. Es ist ja schon ein Muccio exklusiv. Es ist, äh, also gross genug. Gibt es aber einen Poolboy? Nein, gibt es nicht, nein. Wie viel putzest du zuhause? Ich putze zuhause nicht. Ich lasse putzen. Der Normalsterbliche kann das also nicht begreifen. Ich lasse das Putzen. Ich kann Gärtner dazu. Das ist ganz klar. Ich lasse putzen. Wie viel kochst du selber noch? Ich kann nicht kochen. Ich kann zwei Spiegeleier machen. Das reicht mir. Ich kann nicht. Ich liebe es. Ah. Happy Birthday, Hausi. Du bist ein geiler Sieg. Und die Frau ist auch ein Gentleman. Oh Mann, dir hat noch gefehlt. Und der Satz, der mir immer geblieben ist, du hast immer genug Nötchen im Sack an, dass du im Zweifelsfall eine Kuh kaufen kannst. Das ist genau die richtige Einstellung. Hey, viel Gesundheit, gute Zeit, Hausi. You fucking rock. So werde ich spucken.